Frau Lockes Auto hat eine Locke Frau Lockes Auto hat ne Locke Wer kennt nicht Tanrix der war bei seinen Gumpel Harald zu Besuch und hat ihn aus dem Fenster geschmissen Zur Strafe muss sie jetzt 3 Stunden bis 5 zocken Und deswegen mach ich das hier Wir switchen rüber und let's rock Na jetzt Nu? Achso Oh Eis Ich war gerade auf dem Weg zum Peppa Und da dachte ich ein Warte mal der telefoniert mit dem Eis Na hat der Scheiße gefressen Sportplatz Wäre jetzt nett Frau Mimmel ist heute Frau Mimmel Du musst hier Frau Mimmel sei Frau Mimmel Na wer kennt nicht die Frau Mimmel die Frau Mimmel ist Die macht da alles Einspringen und das Frau Mimmel verkaufen Frau Mimmel verkauft Frau Mimmel Na die hat ja sie hat sich ja doppelt stimmt ja Ich bin doch Experte für Eiscreme Na dann Ja ihn selber fressen das kann ich auch Ich hätte gerne ein Kirscheis bitte Na pass auf der macht jetzt Baumrindeis drauf Das wette ich Ähm Hatte der nicht gerade Geräusche und der Fröte? Ähm Mit Pistazie und Erdbeer bitte Ah Ah Erdbeere Oh Es ist Erdbeere Ja jetzt hast du flüssig Eis Es schmeckt doch hoch man Aber wie wäre es stattdessen mit Erdbeere Ne wenn ich Erdbeere will dann erwarte ich auch Erdbeere und nicht Erdbeere Das also den muss ich auch immer ganz schön viel Hausrest verpassen Ja Abschleppdienst von Opa Clef F Clef F Ja wer kennt nicht den Clef der Hefter Frau Mimmel ist heute Frau Mimmel kannst du vielleicht ein Da ruft die ruft überall an und sagt Frau Mimmel ist Frau Mimmel Scheiße das wird ein Unfall und wenn das passiert dann ist das pairst Oh Was ist jetzt mit sein Auto das lässt er einfach stehen oder was Was ist wenn da ne Kniescheibe vorbeidampfen will Ach das jetzt jetzt wird es ernst Sag ich doch Ja widde bollylie kommt alles vorbei die warten das Auto Frau Lockes Auto hat eine Locke Frau Lockes Auto hat eine Locke Wir kennen nicht das lockenhaft haltige Auto Aber so schnell kann ich auch wählen, Alter. Aber danach googelst du mir mal den Finger weg, das ist nicht cool. Abschleppdienst von... Abschleppdienst... Abschleppdienst von... Warte mal, Zeit, wann hat... Ah nee, das ist ja jetzt der Onkel von der Opa. Könnt ihr? Nimm mich bitte auf! Das ist ja der Schleppdienst. Einen Bus zu fahren ist einfach. Eis zu verkaufen ist einfach. Ja. An der Supermarktkasse zu arbeiten ist auch... Das ist eindeutig ne deutsche Lidl-Kasse. Da geht auch alles übers Bandalswerke im Morchen. Einfach. Das ist immer ein Laden scheiße. Die Dinger, wo es runterrutscht, vor allem bei Lidl und so. Das ist einfach zu klein. Da musst du schneller einpacken, als sie abkassiert. Und da kriegst du noch reicherweise sie abkassieren durfte und du klaust. Ähm, mir geht's schon besser. Darf ich jetzt da aufstehen? Nein! Nein! Boah, die kann auch blind sein, Alter. Wieso nicht? Nein! Aber bitte schön weiteratmen! Okay, mach ich! Oh! Oh scheiße, ne. Ach so atmet man also. Die Luft anhalten ist Atmen. Du hast auch immer das falsch verstanden. Musst den Deutschen nochmal nachholen. Die 4,5 plus machst du weg. Dann zieht's hier. Ganz schön Hausarrest du. Geht, geht, geht. Das ist ihnen wieder besser, Frau Müll. Deine viele Arbeit ist wirklich leicht. Auf deine Kinder aufzupassen ist auch gleich. Solange alles leicht ist, ist es doch für die nicht schwer. Ist doch in Ordnung. Du kannst doch morgen wieder arbeiten, oder? Ja! Und du bist morgen wieder zu Hause. Ja! Schmeißen die sich auf den Boden und lachen sich wie tote Fische kaputt? Da sind die behäckert, Alter. Ey, das Video war cool. Das hat mir gefallen. Unten ist so ein genner Daumen, der zeigt nach oben, der muss blau sein. Und das rote, vierecke Ding, das muss grau sein. In dieser Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.